Ich grüß euch, Ältestenrat. Ich freue mich so sehr auf dieses Spiel. Ich weiß sogar schon einen Charakter und ihre Geschichte. Ihr Name ist Kesefa, die unerbittliche Halbohrkriegerin, die den Eid geschworen hat auf den Grund. Ich hab das schon für dich gemacht. Hier ist die Charakteristik, die Figur. Sei vorsichtig, sie ist handbemalt. Die Würfel, die Regeln in dritter Auflage und nicht zuletzt Barrys Brustpanzer. Oh, und denk dran, in die Kamera zu gucken für den einen Zuschauer. Wir hatten zwei. Ich weiß nicht, wo der andere ist. War vielleicht ein Barry-Fan. Okay. Und so kann man perfekt falten. Mein Flugzeug braucht keine Falten. Es hat Herz! Mann, das ist so viel besser, als unter einem Felsen zu hocken mit zwei Typen, die ich schon ewig kenne. Wer braucht die schon? Äh, ja. Also los, Flügel des Waldes. Euer großer Moment ist gekommen. Ey, Leute, erinnert ihr euch noch an Swat Cats? Hä? Swat Cats, die Zeichentrick-Serie? Oh, nein, hab ich noch nie von gehört. Oh Mann, da ging's um zwei Katzen, die Mechaniker waren und rumgeflogen sind im Kampf gegen Monster. Dein Flugzeug erinnert mich daran. Nein, die Sendung hab ich nie gesehen. Klingt aber cool. Oh ja, die war super cool. Solltet ihr euch echt mal ansehen. Klar, okay. Jetzt zum Flugzeug. Hey, erinnert ihr euch noch an Dexters Labor? Ihr seid in der durstigen Echse. Einem kleinen Gasthaus, das verschiedene Charaktere beherbergt. Ein freundlicher Bade bemerkt eure abenteuerliche Kleidung. La-ti-da-ti-ta-di-li-da. Dein Schwert lässt mich vermuten, dass ihr auf der Suche nach dem Kobalt-Schatz seid. Ich werde euch verraten, wo er ist, wenn ihr mir eine Seite für meine magische Laute besorgt. Was werdet ihr tun? Naja, sieht nicht so aus, als hätte ich eine Seite für eine magische Laute zur Verfügung. Und was ist mit dir, Reisende? Äh, beschreib den Baden. Seine lilafarbenen Augen funkeln im Kerzenschein. Seinen Stiefeln sieht man das viele Reisen an. Ich ziehe mein Schwert. Was? Im Gasthaus? Die Schrammen auf seinen Stiefeln beweisen mir, das ist kein Bade. Das ist ein Die. Zeig uns die Karte, oder du spürst meine Klingel. Gut, dann würfel mal auf Einschüchterung. Zwölf plus fünf. Ich hab's geschafft! Exzellent! Gut dann, überspringen wir diese Begegnung, die ich stundenlang geplant habe. Okay, er gibt euch die Karte. Aber sie ist in uralten zwergischen Runen geschrieben. Oh, ich spreche zwergisch. Kannst du es auch lesen? Nein. Plötzlich taucht ein alter Bergarbeiterzwerg auf. Was sind das etwa zwergische Runen? Solche Runen habe ich ewig nicht mehr gesehen. Ich lese sie euch vor. Das kostet aber. Hm, das klingt sehr verdächtig. Würfel mal auf Einschüchterung. Ha! Wow, der ist ganze zwei Reihenhausgärten weit geflogen. Ad Ad und Eddie! Jetzt ist es mir endlich wieder eingefallen. Kennt ihr die Sendung Ad Ad und Eddie? Nein. Oh, die solltet ihr euch echt ansehen. Ihr erinnert mich total an diese Sendung. Also an die und an Deckname Kids Next Door. Kennt ihr diese Sendung noch? Nein. Erzähl uns davon. Endlich seid ihr beim Schatz. Aber dort wacht ein Säurespucken der Hundertfüßer. Was werdet ihr tun? Wenn ich seine Säurespucke trinke, würde ich dann seine Säurespucken in Kräfte bekommen? Nein, du verlierst auf der Stelle. Hm, egal was ich mache, ich verliere doch immer auf der Stelle. Weißt du was? Ich mach's einfach. Ich trinke die Säurespucke. Du verlierst auf der Stelle. Nein! Und was machst du? Äh, ich schwinge mich mit meinem Seil von der Decke und greife ihn von hinten an. Geht nicht, die Decke ist Lava. Okay, dann spring ich wie ein Artist von Wand zu Wand. Geht nicht, die Wände sind auch Lava. Gut, dann zieh ich mein Schwert und greife an. Geht nicht, denn die ganze Luft ist Lava. Alles ist Lava. Da! Tsephas Hand brennt es, das Magma glühend in ihren Handschuhen sickert. Das darfst du nicht. Was? Nur der Spielleiter darf erzählen. Kirsti war wie gelähmt. Ihre Fähigkeit mit Worten neue Welten zu erschaffen war fort. Es war, als hätte jemand von ihrer Seele Besitz ergriffen. Und zwar der Spielleiter Mark.